Am abtakeln. Ja, oder nennt man doch so, oder? Ja, das ist doch abtakeln, so. Ja. Ja, da liegt das Ding in seiner ganzen Kraft. Und Herrlichkeit. Völlig geil. Und jetzt müsste normalerweise, müsste jetzt das Segel runterkommen, das will aber nicht. Ja? Ja, und weil wir hier in Königs Yacht Club sind, haben wir dann...